Ich bin hier mit Ferguson. Miss Ferguson, ich habe den Auftrag, Sie ins Palashotel zu bringen. Sehr. Danke. Ja, bitte. Wie wäre es mit einem Drink? Ich glaube, Sie können einen gebrauchen. Lassen Sie mich in Ruhe. Interessiert es Sie gar nicht? Was über Ihre Schwester zu erfahren? Sie wissen, ich habe Sie fotografiert. Der Schlüssel des Augen. Mr. Stout ist auf seiner Suite. Danke, Penny Macan. Wer war das? Ein hoffnungsvolles Mitglied des königlichen Babys. Durchgeschüttelt. Also diese Cerina, die alte Ziege, die reißt einem vielleicht ganz schön den Arsch auf. Das kann ich dir sagen. Das ist ja nicht so ordinär. Das ist doch ich habe Besuch. Wie sollte man Not schlachten? Na, na, Dicker. Wenn Sie mich so gänzlich oben ohne sehen wollen, Sie mich am liebsten lebendig für Naschel. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich immer noch in der Gruppe rumhüpfe. Du wolltest mir doch ein Solo finanzieren, hm? Ja, als sterbender Schwarm. Und nun... Wenn Sie vernünftig sind, passiert Ihnen nichts. Dafür wird Ihre Schwester bezahlen, das schwöre ich Ihnen. Ich warte, bis er kommt. Es kann aber sehr spät werden. Das macht nichts. Sehr schön haben Sie es hier. Hallo, Greg. Was für eine Überraschung. Sie hier mitten in der Nacht? Ich möchte Ihnen was zeigen, Alice. Was ist das?